Frage. Wenn du aus einem Kinofilm rauskommst, ärgerst du dich dann darüber, dass die Handlung nicht in deinem echten Leben weitergeht? Oder wenn du eine Netflix-Serie schaust, beklagst du dich dann darüber, dass die Personen und dass die Geschehnisse jetzt vorbei sind? Warum machst du es dann mit deiner Beziehung? Warum machst du es mit deiner vergangenen toxischen Beziehung, mit deinem Narzissten, mit deiner Narzisstin, whatever? Warum machst du es damit? Wieso stellst du dir beispielsweise die Frage, warum steht er jetzt plötzlich auf tätowierte Frauen? Er sagte doch immer, er mag natürliche Frauen, er mag keine aufgeklebten Nägel, er mag generell Frauen, die komplett natural sind. Wieso regst du dich darüber auf, dass sie gesagt hat, sie steht nicht auf muskulöse Männer und jetzt ist sie plötzlich mit einem Bodybuilder zusammen? Wieso fragst du dich, wie konnte er sich so ändern? Wieso ist sie jetzt so anders? Wieso hat Ex sich so geändert? Wieso stellst du dir diese Fragen? Ich weiß es. Ich weiß es sehr gut, wieso du dir diese Fragen stellst. Aber lass mich dir dazu ein paar Sachen erklären. Aber zuerst einmal für alle Neuen auf meinem Kanal, die mich noch nicht kennen. Ich bin Steve, Gründer und Coach von Selbstliebe Mindset und ich kläre hier auf meinem Kanal über Beziehungsdynamiken und insbesondere mit dem Fokus toxische Beziehungen auf. Wenn das für dich interessant ist, dann abonniere gerne meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigung, denn YouTube zeigt dir sonst nicht immer jedes neue Video an. Das ist jetzt mein erstes Video nach meiner kleinen Content-Pause, die ich diesen Sommer vollzogen habe. Das heißt, es geht jetzt wieder mit frischer, neuer Energie und neuen Videos regelmäßig auf meinem Kanal weiter. Die letzten Wochen ist natürlich auch in meinem Leben so einiges Interessantes passiert, denn meine Ex, meine verdeckte Narzisstin hat sich nach über zwei Jahren wieder bei mir gemeldet und zwar sehr intensiv. Wer meinen Newsletter abonniert hat, der kennt die Geschichte, der hat im Detail mitbekommen, was da alles so passiert ist. Wenn du künftig auch an solchen interessanten Geschichten teilhaben möchtest und natürlich auch Ratschläge bekommen möchtest, die über die YouTube-Videos hinausgehen, dann abonniere gerne meinen Newsletter, habe ich dir unten im ersten Kommentar verlinkt und auch in der Videobeschreibung. Kostet dich nichts, kann nur von Vorteil sein. Kommen wir aber zum heutigen Thema. Diese ganzen Fragen, die ich dir eingehend gestellt habe, die du dir vielleicht auch selber regelmäßig stellst nach deiner toxischen Beziehung, wenn zum Beispiel Ex in einer neuen Beziehung ist, welch Wunder, ging ja ganz schnell, und diese Person plötzlich jemand ganz anderen, also einen ganz anderen Typ Mensch datet oder mit einem ganz anderen Typen Mensch in Beziehung ist. Die Frage, wieso steht er oder sie jetzt plötzlich auf diesen Typen, Mann oder Frau, die brauchst du dir nicht stellen. Ebenso brauchst du dir viele Fragen nicht stellen, die generell irgendetwas mit der Persönlichkeit dieser Person zu tun haben. Insbesondere Narzissten. Diese Menschen sind leere Hüllen. Die haben keine wirkliche Persönlichkeit. Wenn dein Ex oder deine Ex dir erzählt hat, dass diese und jene Eigenschaft am Partner besonders wichtig sind. Beispielsweise, wie schon erwähnt, deine Ex hat dir gesagt, sie steht nicht auf muskulöse Männer. Und jetzt plötzlich hat sie einen Bodybuilder. Damals hat sie dir gesagt, sie steht nicht auf lange Haare. Jetzt hat sie einen langhaarigen Bodybuilder. Du verstehst die Welt nicht mehr und denkst dir, was hat sie mir da denn gesagt? Wie kann es denn sein, dass sie sich so geändert hat? Woher kommt plötzlich diese Wesensänderung? Auch hier, lass dir gesagt sein, das ist keine Wesensänderung. Fakt ist einfach, dass diese Person keine eigene ausgebildete Persönlichkeit besitzt. Diese Person, wenn es sich um eine Narzisstin oder einen Narzissten handelte, ist eine leere Hülle mit immer wechselnden, auf die aktuell interessanten Beziehungspartner abgestimmten Fassaden. Nehmen wir als Beispiel dein Ex. Ich versuche jetzt mal ein wenig beide Geschlechter anzusprechen, deswegen wechsle ich mal er, mal sie etc. Wenn dein Ex zum Beispiel sagte, er steht auf total natürliche Frauen und jetzt plötzlich kriegst du mit, dass er eine stark tätowierte Frau hat, dann ist natürlich verständlich, dass du dich fragst, hä, wie kann das sein? Er hat doch gesagt, er steht auf sehr natürliche Frauen. Worauf ich hinaus will ist, du brauchst dir diese Frage nicht stellen, weil er, Schreckstrich sie, gar nicht wissen, was sie wirklich wollen. Interessant ist immer nur in dem Moment das Objekt der Begierde. Das Objekt der Begierde, das war es zu einem gewissen Zeitpunkt du und jetzt ist es eben jemand anderes. Ob diese Person jetzt groß, klein, dick, dünn, blond, brünett, muskulös oder lauchig ist, ist vollkommen egal. Die Person, wie auch du damals, hat irgendetwas, was momentan die Begierde weckt in der narzisstischen Person. Diese Person als Beute zu sichern. Irgendwas ist da, muss jetzt auch gar nicht bedeuten, dass es irgendwas Besonderes ist. Irgendwas ist da, was momentan diese Person zum Objekt der Begierde macht, so wie du es einst warst. Wenn du dir jetzt aber die Frage stellst, er sagte doch, er steht da drauf, sie sagte doch, sie steht da drauf, dann gehst du mit deinem logischen, normalen, gesunden Menschenverstand daran und versuchst, einen nicht logischen, normalen Menschenverstand damit zu verstehen. Das wird nicht funktionieren. Du musst dir vor Augen halten, dass narzisstische Menschen, dass die leere Hüllen sind, die mit wandelnden Fassaden durch die Gegend laufen. Wenn dein ehemaliger Narzisst oder deine ehemalige Narzisstin einen bestimmten Typus Mensch damals anziehend fand, was sie dir gesagt hat, dann hat das mit großer Wahrscheinlichkeit exakt deiner Person entsprochen. Du bist nicht sehr muskulös, sie stand natürlich nicht auf muskulöse Männer. Du bist als Frau nicht tätowiert und hast keine aufgeklebten Nägel, dann stand er natürlich auf komplett natürliche Frauen, die nicht künstlich oder whatever sind. Das, was dir da aber gesagt wurde, ist Bullshit. Du warst nur zu diesem Zeitpunkt Objekt der Begierde und demnach musste man dir eben bestimmte Dinge sagen, um dir ein wohliges Gefühl im Bauch zu geben. Um dich natürlich in gewisser Weise zu idealisieren und hervorzuheben. Das, was ja anfänglich in der Lovebombing-Phase passiert. Das hat aber nichts mit dem wirklichen Kern dieser Person zu tun, denn der Kern dieser Person, den gibt es nicht. Diese Person existiert faktisch nicht. Ich habe das schon in tausenden Videos, okay, so viele sind es nicht, ich übertreibe aber manchmal gern. Ich habe das schon in vielen Videos beschrieben, dass du dich in eine auf dich abgestimmte Fassade verliebt hast. In eine Person, die es nie gab. Und da kommen wir eben auch schon zum Kern, den ich dir mit diesem Podcast heute näher bringen möchte. Diese Menschen, Narzissten und Narzisstinnen, sind wie ein Chamäleon. Sie passen sich ihrer Umgebung und ihren Beziehungspartnern derart an, dass es sich echt anfühlt und du denkst im Nachhinein, du hast diese Person kennengelernt. Es ist aber nicht so. Stell dir ein Chamäleon vor, das auf einem grünen Blatt sitzt. Welche Farbe nimmt das Chamäleon an? Es wird grün. Stell dir vor, zwei Tage später sitzt es auf einem Ast. Welche Farbe nimmt das Chamäleon an? Es wird braun. So, welche Farbe hat das Chamäleon jetzt? Ist es jetzt grün oder ist es jetzt braun? Ja, es ist beides und gleichzeitig gar nichts. Denn es passt sich seiner Umgebung an. Und das meine ich mit dem Chamäleon-Effekt. Diese Menschen, die passen sich ihrer Umgebung an, fügen sich wunderbar da ein, dass es echt wirkt. So wie man sagen könnte, oh, da sitzt ein grünes Chamäleon auf dem grünen Blatt oder da sitzt ein braunes Chamäleon auf dem braunen Blatt. Aber welche Farbe es wirklich hat, du weißt es nicht und du wirst es auch nie rausfinden. Denn diese Menschen wissen es ja selber nicht. Wenn deine Ex oder dein Ex dir irgendetwas gesagt hat, von wegen, ich stelle mir XYZ vor, ich erhoffe mir von einer Beziehung dies und jenes. Es ist vollkommen, wirklich, glaub mir, vollkommen, egal was dir da gesagt wurde, es diente nur dazu, dich an den Haken zu kriegen. Es entsprach nicht der Wahrheit. Und das Traurige ist, dass diese Menschen ja selber nicht mal wissen, was sie eigentlich wollen und wer sie eigentlich sind. Wie gesagt, diese Menschen sind leere Hüllen und haben keine eigene Persönlichkeit. Sie haben keine eigene Persönlichkeit, so wie du es von dir und deinen engen Vertrauten beispielsweise kennst. Menschen, bei denen man sagen kann, die sind eben so oder so oder so. Das ist bei Narzissten nicht der Fall. Narzissten sind zwar in gewisser Weise allesamt sehr ähnlich, insbesondere wenn es um bestimmte Eigenschaften geht, die sehr beziehungsgefährdend sind. Aber eine Persönlichkeit dieser Menschen festzumachen, ist nicht möglich. Denn wenn man mal ganz nüchtern draufblickt, es handelt sich um eine Persönlichkeitsstörung. Demnach ist die Annahme, dass man da eine wirkliche Persönlichkeit kennenlernt, ohnehin falsch. Und das ist eben für dich, wenn du eine Beziehung mit einem Narzissten oder einer Narzisstin hattest, ein extrem wichtiges Learning im Nachhinein. Einfach zu realisieren, dass das alles Fake war. Dass das alles Fassade war. Dass das alles nicht echt war. Du hast nicht diese Person kennengelernt. Du hast die grüne Farbe des Chamäleons auf dem grünen Blatt kennengelernt. Und die nächste Person lernt die braune Farbe des Chamäleons auf dem Ast kennen. Stell es dir so vor. Ich gebe dir noch ein paar Beispiele. Wenn du ins Kino gehst und einen Film schaust, der zum Beispiel von einem Strand an sonnigen Tagen handelt. Und du gehst aus dem Kino raus nach dem Film und stellst fest, es regnet. Stehst du dann vorm Kino und sagst, das ist jetzt ja doof. Ich dachte die Sonne scheint. Gerade eben schien doch noch die Sonne. Merkst du worauf ich hinaus will? Es handelte sich um einen Film. Die meisten Menschen werden aus einem Kinofilm rausgehen und einfach wissen, ja, es handelte sich um einen Film. Es war Fiktion. Es war nicht die Realität. Und so musst du es mit solchen Beziehungen betrachten. Du hast quasi in einem Film eine Statistenrolle gespielt. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Nehmen wir einen berühmten Schauspieler. Beispielsweise fällt jetzt gerade niemand ein, Brad Pitt, keine Ahnung, irgendeiner von diesen Menschen, die irgendwie in ziemlich vielen guten Filmen mitspielen. Nehmen wir mal an, Brad Pitt spielt in einem Film den Familienvater mit zwei Kindern und einer Frau in einer Vorstadt. Du schaust diesen Film und denkst dir, jopp, guter Film, guter Schauspieler. Dann schaust du einen anderen Film. Ein Jahr später kommt eine neue Premiere raus. Und in diesem Film spielt Brad Pitt beispielsweise einen alkoholabhängigen Gangster. So, was machst du jetzt? Du schaust jetzt diesen Film, in dem Brad Pitt einen alkoholabhängigen Gangster spielt, der krumme Dinger dreht, der nachts durch die Straßen geht und plündert oder irgendwie sowas. Würdest du, wenn du dann aus dem Kino rausgehst oder während du den Film schaust, würdest du dann denken, hä, ich dachte Brad Pitt ist Familienvater und wohnt in der Vorstadt? Würdest du nicht tun, weil du weißt, dass Brad Pitt ein Schauspieler ist. Ein Schauspieler, der einmal den Familienvater spielt und einmal den Gangster. Keines der beiden ist seine wahre Persönlichkeit. Es ist ein Schauspieler, der in verschiedenen Filmen eine auf den Film abgestimmte Rolle spielt. Und so ist es eben auch mit Narzissten und Narzisstinnen. Ich gebe dir deswegen so viele Beispiele, weil genau diese Fragen, die ich dir anfangs hier erwähnt habe, mir regelmäßig in meiner Arbeit in den Coachings mit den Klienten begegnen. Mir ist es daher besonders wichtig, dir es regelrecht einzuhämmern, dass du dieses Konstrukt des Narzissmus wirklich verstehst. Dass du wirklich einfach verstehst, dass diese Menschen in der Form, wie du sie kennengelernt hast, nicht echt waren. Dass sie nicht existieren, dass sie nicht so sind, wie du sie in Erinnerung hast. Du erinnerst dich an ein Schauspiel, du erinnerst dich an eine Fassade, du erinnerst dich an einen Film. Es war nicht die Realität. Das Traurige ist nur, du hast es für die Realität gehalten. Du dachtest, das was dir gesagt wird, ist die Realität. Du dachtest, die Worte entsprechen der Wahrheit. Und du hast natürlich auch das Beziehungskonstrukt für echt gehalten. Dabei war es letztendlich alles ein Schauspiel. Wie ich ja immer wieder so gerne sage, gibt es ja auch ein eigenes Video dazu. Du liebtest eine Illusion. Du liebtest eine auf dich abgestimmte Fassade, die nicht echt war. Deswegen ist auch der No-Contact, der absolute, vollständige Kontaktabbruch, nach solchen Beziehungen so unglaublich wichtig. Damit du dir eben diese ganzen Fragen nicht stellst, du hast ohnehin genügend Fragen im Kopf, dann stell dir doch nicht noch die Fragen, wieso diese Person jetzt plötzlich angeblich so anders ist. Du solltest am besten nichts mitbekommen. Damit du Abstand gewinnen kannst, ja, No-Contact ist das wichtigste Instrument nach solchen Beziehungen überhaupt. Ohne No-Contact kannst du niemals die Heilung, die Aufarbeitung und die Verarbeitung wirklich in vollem Umfang durchmachen. Denn du wirst drin gehalten, wie ein Fuß, der noch im Treibsand steckt. Du kommst nicht weg. Deswegen, No-Contact ist unglaublich wichtig. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Lass mir gerne einen Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Abonnier meinen Kanal, abonnier den Newsletter. Wenn du Hilfe brauchst, schau in der Videobeschreibung. Da ist auch ein Link zu meiner Webseite. Buch ein Coaching, Buch ein Erstgespräch. Können wir schauen, wie ich dir helfen kann, wie ich dich unterstützen kann. Aber das Wichtigste, mein Leitspruch, hab immer positive Gedanken. Bis zum nächsten Video. Ich hole einmaluke dieses YouTube. Ich hole Leitsfaced. Es ist mir immer genug. Ich helbe. Andtherskal du warst mir.